Musik Die folgenden Aufnahmen zeigen die Generalprobe für einen Teil der internationalen Sommerfestspiele Berlin 80. Musik und Tanz am Schloss Charlottenburg. Musikalische Lustbarkeiten und Szenen, nebst einer Serenata, gemacht von Friedrich II. Gespielt, aufgeführt vom Orchester und Chor der Erich-Höppner-Oberschule Berlin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020